Boah, da war das knapp und das war die Wand. Fuck! Und leichter Schaden. RIP. Willkommen liebe Freunde zu einem neuen Video zu Need for Speed Pro Street. Heute geht es weiter mit der Karriere und wir wollen heute nach Tokio. Und ja, haben wir ein paar Events, die wir fahren wollen. Wir wählen erstmal wieder unsere üblichen Verdächtigen aus. X8, GTO, 350Z und als Auto mein Honda Civic. Und ja, ich habe die Autos mal nochmal ein bisschen tiefer gelegt tatsächlich, weil beim 350Z war gar kein Fahrwerk installiert. Obwohl ich eins zur Verfügung hatte. Wobei stimmt, mir werden ja welche geschenkt, fällt mir gerade ein. Vielleicht war das deswegen nicht eingebaut. Joa, so sieht es aus. Ähm, was fahren wir denn als nächstes? Wir fahren mal, klasse. So, gucken wir mal, ob die Autos jetzt ein bisschen besser aussehen. Beziehungsweise, dass mein Auto besser aussieht, indem es tiefer gelegter ist. Tiefer gelegt, nicht tiefer gelegter. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Der Wankel schreit wieder. Und bremsen. Das war fast zu spät. Das war fast. Das war fast zu spät. Ich hab mich gerade gesagt. Ich bin代eliert. Ja, da muss ich nicht wieder sein. Ich hab mich gerade gemacht. Ich hab mich gerade gemacht. Ich hab mich gerade gehört hier mal in fingerprints. Ich hab mich gerade gehört. Ich hab mich gerade gehört. so ich sehe gerade drei Runden und ich fahre vorne gerade übelst weg ich muss mal meine Nicht-Schadenquote hochtreiben, heißt soviel wie möglichst das Auto nicht anecken, das zum Beispiel war schon grenzwertig, also knapp so, noch eine Runde Möchte ich natürlich möglichst schadenfrei absolvieren Boah, ja diese Kurve, ne so, haben wir geschafft, sehr schön da schadenfrei, ich bin stolz auf mich dann im nächsten Renntotalschaden, dann RIP so, dann machen wir mal ein schönes Drift Event ein Tokio Driften ist immer so, ne, Tokio Drift, ne, wegen Fast and Furious ähm, wir sind mal ein bisschen schwierig ja, der ist auf jeden Fall etwas tiefer klar, ist da noch nicht das beste Fahrwerk drin, aber sieht schon mal besser aus Boah, Alter, war das knapp und das war die Wand Fuck und leichter Schaden RIP Na, hat das gereicht? Na, ist knapp aber wie gesagt, die Tokio Drift Rennen, die sind, ähm, die sind wirklich schwer also ohne Witz, da kriegst du nicht viele Punkte Ja, müsste ich hier irgendwie in einem Zug durchdriften oder das ist schwierig ohne ohne die passende Leistung Na, komm schon Bring mir Punkte Ja, das waren fast genauso viele Punkte Ja, wirklich, ey Hm, das ist kein gutes Zeichen Wie gesagt, also in Tokio ist, es sind glaube ich die schwersten Drift Rennen überhaupt von den Punkten her, weil du halt kaum Punkte kriegst So immer ein bisschen mehr auszuholen Ja Ja, das war schon was besser Das Verlauf war ganz okay, ich bin trotzdem erster, also auch wenn meine schlechten Läufe nur die Besten gewesen wären Oh ja, ich seh schon Gammel Bay ist auch heute bei uns Gammel kommt von Gritman das Team So, dann würde ich sagen, schönes Zeitfahren, fahren wir Werden natürlich alle Rennen hier bestreiten Wenn du zu früh auf Schalten drückst, ey Dann, äh Tja, dann fährt das Auto nicht los Deswegen sagt Mia ja immer ein Monster Hunter, warte bis er geschaltet hat Und, und Ich wollte hier schadenfrei durchkommen Alter Tunnel sind die geilste Erfindung für Autos Nun fährst du da mit einem Elektrofahrzeug durch Aber Elektroautos haben ja auch teilweise einen Sound Ich würde mal sagen, das geht besser Das war wieder eine Wand Ich würde mal ein bisschen Nitro nutzen Boah, bin ich noch um die Kohle gekommen Mein Mazda Bruder Mein Mazda Bruder Alter Komm schon, neue Bestzeit Jawohl Ist ja das Auto Zahlen wir das aus der Portokasse, easy game Schlimm ist, wenn das Auto stark genug beschädigt ist Also schwerer Wir hatten ja noch keinen schweren Schaden Aber wenn man schweren Schaden hat Dann ist das glaube ich teurer, als wenn man Äh Als das Geld, was man von dem Rennen kriegt Also das können wir mit Geld reparieren Und das machen wir mit einem Gutschein So Dann machen wir mal das Dragrennen mit dem GTO So Lassen wir mal wieder die Reifen qualmen Oh, da war ein Schaltstart Ja 8 Sekunden ungefähr Also 8,01 Also trotz schlechten Start Also mir wurde guter Start angezeigt Aber es hat sich nach einem schlechten angefühlt Weil ich Vollgas gegeben habe Das heißt, man kann immer gut starten Mindestens gut starten Das muss jetzt eigentlich schneller gewesen sein Ja, aber auch nur minimal 0,08 Sekunden glaube ich Aber unter 8 Sekunden ist schon ordentlich Ja, aber maximaler Grip So muss das Am Ende hat das so ein bisschen mit der Drehzahl Kam da nicht mehr so hinterher Weil da ist auf einmal abgefallen Aber das ist wohl so die Zeit, die man immer fährt So um die 7,9 Ja, sagen wir mal 8 Sekunden 8 Sekunden kommt hin Boah, schon dominiert, Alter Ich glaube, ich habe noch gefühlt die Hälfte der Rennen Übrig, oder nicht Ja, nee Das sind schon 4 von 6 Gut Fahren wir mal hier wieder ein Drift-Rennen Oder Drift-Event Ist ja kein echtes Rennen Mal gucken, wie wir diesmal Punkt technisch abschneiden Ah ja, die Strecke, die war Also ich glaube, da habe ich tatsächlich Am meisten Probleme gehabt Verdammt, schon wieder Wand Was war das denn, ey? Konnte ja gar nicht mehr eingeholt werden Also eingefangen werden Alter, war ich hier gerade eine Kacke zusammen Das war kein guter Lauf Ich glaube, da bin ich 4 oder sowas Okay, ich bin sogar noch erst da Aber Alter Verwalter, war das schlecht Die ist nämlich tatsächlich relativ schwer, die Strecke Aber ich habe mich auch ein bisschen angestellt Muss ich zugeben Ah ja, wo dann fährst du denn? Dann zu wenig da lang, ey Ich hasse diese Stelle Die ist halt furchtbar schwer Naja Also das Auto ist schon Na, ein Totalschaden Wobei gut, das ist noch kein schwerer Schaden Aber Vom Optischen her Ist es fast ein Totalschaden Ich denke mal, da sind wir uns alle einig Jawohl, Dominanz Das will ich da sehen Das will ich nicht sehen Alter, ey Wie soll ich hier lang driften, ey Der Wagen braucht viel zu lange, um Den Wechsel zu machen Alter Also ich habe gehört, wir holen uns irgendwann eine neue Driftgiste Der Anfang war super, ey Da habe ich sogar Dominanz gehabt, ey Alter Das Auto ist ein Schrotthaufen Also da werde ich auf jeden Fall Äh, sag mal schnell Gutschein nutzen Mann Meine Güte, Ratterratter Das kann nicht so viel, aber trotzdem Gutschein So Grip Wie sieht die Strecke aus? Kennen wir sogar teilweise noch Ja, fahren wir die Strecke noch Und dann haben wir es auf jeden Fall hier fertig gefahren Und, äh, ja Dominiert haben wir sowieso schon Was macht ihr da vorne? Alter, ey Was macht der? Der bleibt ja fast stehen Super Geht direkt gut los Der Klang Ich habe gleich mal eine geile Idee Gleich eine richtig geile Idee Na, darauf bin ich viel zu schnell reingefahren Ich habe gleich mal eine geile Idee Ich habe sehr gut gehört Ich habe sehr gut gehört Alter, das war nämlich meine Idee. Einfach mal in den Dritter begrenzter hacken. Das ist geil. Wie immer, Streckenrekord gebrochen. Ich muss noch mal was reparieren, dort können wir easy mit Geld machen, aber wir haben schon wieder 217.000, Alter. So, alles gewonnen. Easy Game, Renntag verlassen. Sehr schön, haben wir das auch abgehackt. Dann haben wir auch wieder einen neuen Renntag freigeschaltet. Was ist das? Autobahnring 2, okay. Da müsste ich mal überlegen, ob ich dafür vielleicht den Lotus Elise fertig mache. Und ja, dass wir da mal ein bisschen damit rumhacken. Und ja, gucken wir nächstes Mal auf jeden Fall rein. Ansonsten passt das erstmal wieder mit mir zu Speed Pro Street. Ich auf euch hat es gefallen. Nächstes Mal geht es weiter hier in der legalen Rennszene, wenn man es so beschreiben mag. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.